Das Kursprogramm des Berufsförderungsinstituts in Amstetten passt sich der Bildungsnachfrage der Kunden an und bietet ein breites Spektrum. Mit welchen Kursen Sie in ein neues Jahr starten und wie Sie das Angebot nutzen können, das haben wir vor Ort für Sie recherchiert. Werfen Sie doch mal einen Blick in die Zukunft. Mit einem umfangreichen Kursangebot kann hier das Berufsförderungsinstitut, kurz BFI, Ihre Zukunftspläne effizient mitgestalten. Ein flächendeckendes Bildungsnetzwerk, das laufend erweitert und verbessert wird, sorgt für Ihren Erfolg am Bildungsmarkt. Beispielhaft hierfür ist das Service Center in Amstetten. Wir sind jetzt seit gut einem Jahr hier im Leninger Center in Amstetten. Wir sind übersiedelt und wir sind sehr froh, dass unsere Geschäftsführung diese Entscheidung getroffen hat, weil wir hier modernste Kursräumlichkeiten vorfinden und die Teilnehmer direkt vor Ort auch den Bezug zu uns, zu unserem Team haben. Das BFI Niederösterreich tritt als kompetenter und zuverlässiger Partner in Bildungsfragen auf und bestätigt seine Funktion aufgrund der größten Kundenzufriedenheit und Kundentreue. Kompetenz, die vor allem durch gutes Service und beste Beratung für Kunden, qualifizierte und anerkannte Trainer sowie Lehrinhalte, die nach den aktuellsten Richtlinien der Erwachsenenbildung erarbeitet werden, ermöglicht wird. Die Berufsreifeprüfung ist einer unserer Hauptthemen hier in Amstetten. Allein vom Team Amstetten, wir sind zu dritt hier, betreuen wir 640 Kursplätze zum Thema Lehre mit Matura, aber auch Berufsreifeprüfung. Die Fachbereiche neben den Kernelementen Englisch, Deutsch und Mathematik sind vielfältig gegliedert von Elektrotechnik, Gesundheit, Soziales, Betriebswirtschaft oder auch andere Themen, je nachdem welche Berufsgruppen in den einzelnen Kursen zu finden sind. Interessant ist für viele das Angebot Lehre mit Matura. Der Weg zur Reifeprüfung erfolgt über vier Module und wird über Einstiegskurse, Lehrgänge und Fachbereichslehrgänge gesteuert, um mit der Berufsreifeprüfung das Ziel Matura zu erreichen. Ich mache jetzt die Berufsreifeprüfung in Deutsch, Mathematik, Englisch und in meinem Fachbereich Maschinenbau und bin jetzt seit drei Monaten bereits hier und das dauert noch bis Ende Juni 2012. Ja, ich mache den Vormittagskurs und das ist eine ganz gute Variante, weil am Vormittag ist man doch noch aufnahmefähiger und muss nicht dann am Abend eben herkommen und man hat das Ganze auch dann schneller hinter sich. Ja, die Kurse gefallen mir eigentlich sehr gut, sehr hochklassige Lehrer. Ich muss sagen, ich bin zuerst drei Monate da, aber man wird schon ideal vorbereitet und es wird sicher ein Erfolg. Erfolgreich im Beruf zu sein, hängt nicht immer nur von Eigeninteresse ab. Die Chance auf Weiterbildung, Aufstieg und Vertiefung kann auch über Firmen gesteuert werden. Eines unserer Hauptthemen ist auch das Thema Service für Unternehmen. Hier haben wir die Möglichkeiten, direkt mit den Betrieben, mit den Institutionen vor Ort Kontakt aufzunehmen, mit den Verantwortlichen dort über Schulungsinhalte, Schulungsthemen zu sprechen und hier maßgeschneiderte Produkte zu kreieren, wobei maßgeschneidert nicht nur auf den Inhalt bezogen ist, sondern auch auf die zeitliche Gestaltung und auch ist es jederzeit möglich, Schulungen direkt in den Unternehmen durchzuführen. Kostenlose Informationsveranstaltungen geben Einblick über die Themen des Bildungsangebots und spezielle Informationen rund um die Lehrgänge. Neu im Kursprogramm ab 2012 wird das Thema Karriere und Wirtschaft sein und diese Lehrveranstaltungen starten in Kürze. Untertitelung des ZDF für funk, 2018